Hallo Leute, heute wollte ich mal ein kleines Unboxing Video machen über das Leatherman Skeletool. Das ist ein kleines Tool von Leatherman, aber wie ich finde absolut ausreichend. Die Anleitung mit den Funktionen Kapselheber, Karabiner, Messer Bit-Halter, Zange, Tasche, Nylon, genug Platz. Hier an der Seite für die Bits und das Tool selber. Hier der Karabiner, Kapselheber, das Messer, kleine Lok, Halteklip, Zange, Drahtschneider innen drin, also alles das nötigste was ein Tool haben muss. Super Qualität natürlich, nur zu empfehlen. So, war nur ein kleines Video, hoffe es hat euch gefallen. Probieren wir es mal aus. Funktioniert. Ich vergesse, ich wollte mich nochmal bedanken bei den Tool Helden. Absolut super Service, super schnelle Lieferung. Bin ich absolut nur zufrieden. Das nur zu empfehlen. asto glaube ich... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.